Mein Name ist Isa Haschke. Ich bin Frauenärztin. Ich habe Angst. Nicht vor dem Tod. Vor dem Leben. Die Aktion der Schauspieler hat mir sehr gefallen. Kunst soll aber nicht nur gefallen, Kunst soll uns auch ein Spiegel vorhalten. Wer das Spiegelbild nicht sehen will, muss nicht hinschauen. Und kann auch sein Missfallen äußern. Aber wie wurde der Boden bereitet? Wie kommt es zu diesem breiten und wirklich ehrlich wirkenden Hass, der den Künstlern entgegenschlägt? Das macht mich sprachlos. Das macht mich mutlos. Und vor allem macht es mir Angst.